Hey Leute, mein Name ist Martinez. Ihr kennt ja alle den Kia Seed. Und wir haben zum Testen den Kia X-Seed bekommen. Hier haben wir das schöne Modell. Das ist die Launch Edition in Quantum Gelb. Das ist ein 1,4 TGDI mit 140 PS. Der Gute hat LED-Tagfahrlicht im Eishilfe-Look, eine Rückfahrkamera und 18 Zoll Felgen. Zudem verspricht Kia eine Garantie von 7 Jahren. Und auch als Familie kann man beruhigt damit verreisen. Denn der Kofferraumvolumen beträgt jetzt 440 Liter. Zudem kann man auch noch die Rücksitze umklappen. Dann schauen wir uns das Auto doch mal genauer an. Mein erster Eindruck über den Innenraum ist hochwertige Verarbeitung. Sehr viel Technik. Also wir sehen allein schon hier dieses sehr große Kia Navigationssystem, wo man natürlich direkt auch über das Handy alles verbinden kann, sein Spotify hören kann, Anrufe entgegennehmen. Zudem haben wir hier dann eine Klimaautomatik. Wir haben Sitzheizung, was schon mal gar nicht verkehrt ist, aber selbst Lenkradheizung und dieses Multifunktionslenkrad. Wir haben hier bei der Lounge Edition eine 7-Stufen-Automatik. Und was natürlich bei der heutigen Zeit nicht wählen darf, sind ein USB-Anschluss, um natürlich sein Handy zu laden. Aber auch die neuesten Smartphones kann man hier auch induktiv laden, indem man das einfach hier oben in das Fach reinlegt. Und was natürlich auch super angenehm zum Fahren ist, ist das digitale Tacho. Aber das werde ich euch dann in einer anderen Aufnahme dann direkt zeigen. Aber auch im Ganzen finde ich den Innenraum farblich super abgestimmt. Und was mir persönlich absolut super gefällt, ist das Panoramadach. Also da bin ich ein riesengroßer Fan davon. Und natürlich hat in der heutigen Zeit der Kia Exit auch diverse Fahrassistenten, wie Verkehrsschilderkennung, Spurhalteassistent und Querverkehrwarner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.